Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch beim löslichen Kaffee ist das Mischen und Rösten der Kaffeebohnen für die Qualität sehr massgebend. Für den Mocha Gold zum Beispiel werden nur sorgfältig ausgesucht und ausgewogen gemischte Kaffeesorten verwendet. Der Mocha Gold und der Mocha Fee sind gefriertrocknet oder lyophilisiert, wie auch die Fachleute sagen. Aus den frisch gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen wird zuerst Kaffee gemacht, im Prinzip so wie zu Hause. Anschliessend wird der Kaffeeextrakt auf minus 40 Grad gefroren und das Wasser im Vakuum entzogen. Zurück bleiben dann die typischen Kaffeekörner, die so luftdicht verpackt, ihre Frische und ihr Aroma behalten, bis man sie braucht. Coop bietet Ihnen den Mocha Gold und den Mocha Fee übrigens auch in diesen praktischen Nachfüllbeuteln an. Sie sind leicht zum Tragen, brauchen wenig Platz und kosten erst noch weniger. Zurzeit finden Sie bei Coop die löslichen Kaffeesorten zum Aktionspreis. Wer auf die schlanke Linie achtet, vielleicht gerade jetzt wieder auf die kommende Bade-Saison, der findet bei Coop eine grosse Auswahl an kalorienarmen Getränken und Produkten. Da sind ein paar Vorschläge. Im Coop-Früchtequark hat es feine Fruchtstücke. Es gibt ihn in vier Sorten und man kann ihn auch ohne Zucker haben, dann heisst er Fitness-Diät-Quark. Der Kefir von Kristallina aus Teilen-Tranter Milch ist äusserst bekömmlich. Im Roland Delikatesse-Knäckebrat steckt die volle Kraft vom Rockenkorn. Auch beim Süssen kann man Kalorien sparen, dank Assu-Green-Gold. Und zum Trinken empfehlen mir das fruchtig-frische Sprite-Lite und natürlich das neue Coca-Cola-Lite. T-Shirts für die ganze Familie finden Sie jetzt bei Coop besonders günstig. Für Damen und Herren in sommerlich-fröhlichen Farben. Und für Kinder die beliebten Textar-Modelle mit lustigen Motiven. Wenn man schwitzt, zum Beispiel beim Sport, dann verliebt man Wasser und Mineralsalz und muss mehr trinken. Der ideale Durstlöscher heisst Isostar. Weil er isotonisch ist, geht er schneller ins Blut als andere Getränke. Darum löst Isostar den Durst sofort, ohne den Organismus zu belasten. Isostar riecht erfrischend und enthalten notwendige Mineralsalz und Vitamine. Und jetzt ist wieder Zeit für die Studiaküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Für heute hat uns der Coop-Metzger ein Schweinsfilet mit frischem Champignon empfohlen. Die Zutaten haben wir alle schon vorbereitet. Eine gehackte Zeebeln, Peperoni, Champignons, die wir je nach Grösse halbiert oder gefeiert haben. Immer 1 Löffel Erdnussöl haben wir die Zeebeln und Peperoni 10 Minuten dämpfen. Wir geben jetzt die Champignons dazu. Die lassen wir auch noch kurz mitdünsten. Und löschen dann mit Bouillon ab. Das Ganze muss jetzt natürlich schon noch ein paar Minuten kochen. Und dann geben wir zum verfeineren, sauren Halbrander zu. Das Schweinsfilet in 2-3 cm grosse Tranchen schneiden. Und in einer zweiten Pfanne separat anbröteln. Dann legen wir sie aufs Gemüse, so wie Sie es hier sehen. Das Schweinsfilet mit frischem Champignon servieren wir mit einem trockenen Reis. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung und ich wünsche einen guten. Soviel für heute im Coop-Mittwochstudio. Anschliessend kommen noch die Aktionen. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Der Isolierkrug Theos mit 1,9 Liter Inhalt gibt es bei Coop zum sensationellen Preis von nur 22 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop drei Dosen italienische geschälte Tomaten Midi statt 2,40 für nur 1,65. Alle Midi-Konfituren im 450 Gramm Glas sind jetzt 50 Ape günstiger. Kräuchert den Magerspeck per Kilo nur 8,50. Ein Becher schlagbarer Halbrahm statt 1,85 nur 1,55. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag Bananen per Kilo 1,95. Auf Wiedersehen!